Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute schauen wir uns Congestion Avoidance an. Das ist eine weitere Sammlung aus unserer Trickkiste, die wir anwenden können, um Staus zu verhindern. Ja, ich weiß, mittlerweile sind das echt verdammt viele, aber trotzdem enorm wichtig, weil das wirklich alles zum Einsatz kommt. Gut, was ist Congestion Avoidance? Wir machen folgendes, bei einem Slow Start passiert das ja, wir hatten es ungefähr hier uns mal angeguckt, wir erhöhen ja unser Fenster, unser Congestion Window immer um doppelt so viel. Das bedeutet, wir verdoppeln immer und das Ganze steigt exponentiell an. Das wollen wir nicht unbedingt. Wir wollen eigentlich ein lineares Ansteigen. Das heißt, wir wollen nicht, dass jedes Mal doppelt so viele hinzukommen, sondern wir wollen, dass dieses Congestion Window irgendwann nur noch linear ansteigt. Am Anfang ist exponentiell vielleicht ganz gut, aber später irgendwann sollte vielleicht mal Congestion Avoidance eingesetzt werden. Wann genau, werden wir uns angucken. Das ist eine der großen Forschungen tatsächlich, wie das perfekt gemacht werden kann. Wann mache ich Congestion Avoidance? Wann mache ich Slow Start, der eigentlich ja relativ schnell ist, weil er exponentiell ist. Eigentlich ist sein Name total irreführend, aber hey, ich bin nicht der Namensgeber hier, ich erkläre nur. Gut, also Congestion Avoidance passiert folgendermaßen, wenn wir eine Quittung erhalten, ich schreibe jetzt einfach mal OnQuittung hier hin, OnQuittung, dann machen wir folgendes. Wir erhöhen das Staufenster, also das Congestion Window und zwar um genau, also wir erhöhen es um 1 geteilt durch Congestion Window. Das bedeutet aber für uns, dass wir hier nicht plus 1, sondern wir teilen nochmal durch die Anzahl an Staufenster oder durch die Größe unseres Staufensters. Was bedeutet das für uns? Also wir müssen da natürlich runden, es muss insgesamt ein Double benutzt werden oder halt eine Fließkommazahl und alles. Aber ja, ist nicht so schlimm. Was das für uns bedeutet ist, davor hatten wir eine Kurve, am Anfang 1, dann 2, dann 4, dann 8, dann 16 und plötzlich hatten wir so abartig viel Staufenster, dass wir das Netz auf jeden Fall überlastet haben. Ich mache das mal gerade hierher und dann sind wir auf die Schnauze gefallen, haben wieder von unten angefangen und wieder nach oben. Ups, das war ein bisschen zu weit. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier wieder nach oben so exponentiell und dann wieder auf die Schnauze gefallen. Was man sich jetzt überlegt hat, ist folgendes. Wenn ich jetzt statt diesem Exponentiellen vielleicht hingehe und den Anfang exponentiell laufen lasse und dann mache ich nur noch so eine lineare Steigung, dann brauche ich viel länger bei viel mehr Auslastung von meinem Netz, bevor ich auf die Schnauze falle und wieder hier unten anfangen muss. Also dabei ist natürlich das große Problem, wir setzen unser Staufenster immer wieder auf 1 zurück und fangen dann wieder mit dem Exponentiellen an und dann machen wir wieder das Lineare. Wie ist, also das ist jetzt die große Frage, wie bestimmen wir diesen Punkt, ab dem wir Congestion Avoidance machen und wie verhindern wir vielleicht sogar ganz, dass wir auf die Schnauze fliegen. Das heißt, können wir irgendwie hier oben rum pendeln, ganz knapp vor Auslastung des Netzes. Und das werde ich euch heute nicht erklären. Das ist eigentlich schon alles, was ich euch heute tatsächlich erklären wollte. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele unterschiedliche Strategien. Ihr könnt mal gerne nach TCP-Varianten googeln. Da gibt es wahrscheinlich über 100, wahrscheinlich sogar über 1000. Ich weiß es nicht. Wir werden uns auf jeden Fall zwei angucken und dann werden wir uns noch die von Linux und die von Windows angucken. Ganz kurz zumindest und uns anschauen, was die so benutzen. Wir brauchen nur die Fachbegriffe Congestion Avoidance. Wir brauchen Fast Retransmit. Wir brauchen, was hatten wir hier alles noch? Wir brauchen Staufenster sowieso. Wir brauchen Slow Start. Wir brauchen Retransmission Timer. Und wir brauchen Random Early Detection brauchen wir nicht wirklich. Das ist einfach ein Mechanismus, der immer zum Einsatz kommt. Genau. Und um eben dann darauf vorzubereiten, habe ich jetzt mal gedacht, okay, machen wir diese grundlegenden Prinzipien da vor und schauen uns an, wie die kombiniert werden bei den einzelnen TCP-Varianten. Wir werden nicht alle 1000 machen, keine Sorge. Gut, das war es von meiner Seite schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Es war ein relativ kurzes Video heute, aber muss ja auch mal sein. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.